so hallo wir machen weiter bei superluminell eine folge nehme ich jetzt mindestens noch auf oder vielleicht mehrere ich habe zwar euch erst gefragt ob ihr mehr wollt aber ich habe bock auf mehr also nehme ich jetzt auf ja wir müssen im level 2 einige dinge noch finden jetzt soll ich erstmal nachgucken was wir finden müssen bevor wir zum beispiel die dinge haben wir wir brauchen noch so eine figur die kann halt überall sein die sind am verrücktesten versteckt und da haben wir scheinbar nicht alles angeklickt das problem ist jetzt natürlich dass wir nicht sehen werden was wir angeklickt haben das sternbild haben wir gefunden das heißt aber ich muss ja groß ist nein das heißt aber ich muss jetzt alle noch mal auslösen weil ich ja nicht weiß welche ich schon hatte okay bei der moment war das alle moment ich muss mal was nachgucken ich wollte kurz gucken ob das sein kann dass ich den ersten nicht richtig ausgelöst habe und deswegen war das so aber das war nicht so okay das wäre es gewesen das wäre es gewesen aber die anderen sind schon gedrückt die anderen hier sind schon gedrückt das heißt das sehe ich tatsächlich was ich gedrückt habe und hier jetzt sehen wir auch dass mehr figuren aufgetaucht sind und es sind zehn abschnitte und es sind eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf es sind mehr figuren wie zehn das heißt ich sollte schon nach jeder figur die ich einsammel gucken ob es in dem level noch eine gibt wenn es da noch eine gibt mich drum kümmern ansonsten natürlich nicht das ist ein grund dass da oben so so lücken sind da bin ich jetzt schon übertrieben skeptisch hier so war richtig deutlich größer und nein jetzt ist wieder wenn sich das war richtig dumm und 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 Ich meine, man kann da theoretisch irgendwas sehen, aber ich glaube, ich sehe da nichts. Das ist vor allem überall scheinbar so. Das jetzt zu hinterfragen, ich glaube, das führt zu nichts. Guck mal, den habe ich zum Beispiel nicht ausgelöst. Nicht komplett oder doch oder diese... Vielleicht sind auch die, die ich schon ausgelöst... Ja, da scheint nichts zu sein. Da scheint auch nichts zu sein. Das wäre auch ziemlich frech, wenn da was ist. Ich meine, wir wissen ja, wohin dieses Level führt. Na, zu diesem riesigen Raum mit den vier Schildern gleich. Okay, hier kann man hoch. Hier kann man hoch. Ja, die kann man alle nur noch einmal drücken. Ich glaube, das ist das Zeichen, dass man sie schon mal gedrückt hat. So, wir brauchen jetzt erst eine riesige Dose, dann das Ding da hoch. Da kann man... Da kann man... Hm... Ha! Okay, ich kann die auch so hinstellen. Sehr gut. Sehr gut. Da ist einfach nochmal so ein Ei. Das andere Ei ist doch da oben gewesen. Muss man die zusammenbringen? Da ist einfach nochmal so ein Ei. Ist hier sonst noch was? Ist die noch ein bisschen größer? Nein! Gibt sie wieder? Oh ne! Oh ne! Sie sind nicht mehr größer. Okay, aber... Jetzt können wir es andersrum machen. Ach, scheiße! Und dann hängt man irgendwo und plötzlich wird das Ding winzig. Oh, meh! Ich glaube fast, da ist nichts mehr, oder? Ich muss mir sicher sein. So bin ich mir noch nicht sicher. Hoch. Reicht leider noch nicht, um hochzukommen. Ich brauche es noch ein bisschen größer. Beziehungsweise... Beziehungsweise... Ah, ich sehe diese Scheiß-Lampe! Die dafür sorgt, dass immer alles klein wird, weil ich dann nochmal... Oh ne, jetzt habe ich... Da muss ich natürlich aufpassen, dass ich das Ding hier nicht... Neee... Oh, wobei... Oh, wenn das hält... Oh, wenn das hält, wäre das großartig. Ja! Okay, nice, wir sind oben. Also hier war das eine Ei. Okay, dann war hier wirklich nur das Ei. Wer ist hier nicht? Okay, gut. Aber das Ei haben wir gefunden. Sehr gut. Ich weiß noch nicht, wo es hin soll, aber ich würde es einfach mal zu dem anderen Ei bringen. Dass wir ja schon wissen, wo es ist. Oh, das konnte man hier auch wegnehmen. Oh, das konnte man hier auch wegnehmen. Ist hier wieder was? Ja, hier ist wieder was. Nein, 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 so mache ich die wieder witzig. Ah? Andersrum fallen. Ja. Jetzt bleibt was mal stehen. Nein, 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 nein. Jetzt bleibt was mal stehen. Ach, Käse. Na ja, andererseits müsste ich jetzt so mit einem recht guten System da schon hochkommen. Das sieht doch ganz passabel aus. Gut, das Schild hält auch so. Dann komme ich von hier auf das Schild. Ah, das reicht leider nicht. Nein, diese scheiß Lampe wieder. Oh mein Gott, genau das meine ich. Reicht leider nicht, um was zu sehen. Ich muss einmal hoch. Nein, war es nicht. Okay. Das ist viel hoch. Ist es höher als das andere? Oder bin ich einfach nur blöd gerade? Wir haben auch noch eine Tür, so ist es nicht. Wir hatten eine Tür. Nein, jetzt ist er da. Nein, jetzt ist er da. Was tue ich? Was? Kannst du dich nicht einfach irgendwie da oben anheften? So. Jetzt ist sie wieder. Boah. Irgendwie so da oben hängen bleiben. Ah ja. Ja, genau so. Mal gucken. Mal gucken. Aber wenn ich mich so angucke, ich glaub, hier kommt man auch gar nicht hoch. Das ist zu klein um da reinzugehen, na? Da ist dieses Ding direkt drüber. Ok. Okay. Dann gehe ich mal davon aus, dass das nichts weiter wichtiges ist da oben. Das haben wir gesehen, das war der Spaß. Das war einfach nur... Ah, gucke mal. Da hatten wir einen. Hier war nichts. Hier konnte ich auch nichts tun. Okay, aber den... Den einen... Den habe ich auch nicht ausgelöst. Ich hatte die beide nicht ausgelöst. Jetzt würde ich an der Stelle natürlich gerne nachgucken, ob wir jetzt was erreicht haben. Aber da ich aktuell dieses Ei habe, würde ich gerne erst mal weitergehen. Das ist alles nur Bild, ne? Das sind alles nur Bilder. Und jetzt kommen wir raus. Oh! Ich kann die Eier nicht miteinander zusammenbringen. Das ist jetzt doof. Oha! Den habe ich auch nie gesehen. Okay, wir haben hier noch einige... Oh, Mist. Wir haben hier noch einige übersehen. Das ist nicht gut. Aber ich kann die Eier nicht. Was will ich mit den Eiern dann? Check viel, aber die Eier check ich nicht. Da sollte es nicht hin. Was passiert eigentlich, wenn man so doof ist und alle rauspfeffert? Oh, lol. Ich meine, das hier ist ja erst mal das, was man als erstes tun soll, ne? Und da oben das andere Ei... Gut. Da müssen wir jetzt natürlich nochmal hoch, gar keine Frage. Aber diesmal habe ich alle Schilder. Diesmal weiß ich auch, dass ich alle Schilder verwenden sollte. Und das Schöne ist, die werden halt sofort riesig, wenn man die von hier oben runterpfeffert. Sofort ein riesiges Schild einfach erstellt. Okay. Also ich hoffe, wir kommen jetzt diesmal schneller hoch als das letzte Mal. Letztes Mal hat das den ganzen Part gedauert. Oops. Ach, come on. Well. Ah, guck mal. Na, jetzt bin ich wieder hoch. Super. Oh wait, hier komme ich gar nicht hoch, oder? Nope. Oh, haben wir den jemals gedrückt? Einmal ja. Scheinbar ja, weil er konnte sich nur einmal auslösen. Ach ja, hier kam ich wieder zurück. Da war ja was. Ja, das sieht doch gut aus. So. Sind wir wieder in der Mitte. Krass, jetzt will ich mich einmal komplett nach oben bauen, und zwar so, dass ich auch oben langlaufen kann. Und ich meine damit nicht, dass ich Ski fahren möchte. Ich weiß, dass man die Dinger recht schnell festbacken kann, beziehungsweise kann sie auch komplett in den Boden backen. Und deswegen bin ich gerade froh, dass ich alle vier Schilder jetzt zur Verfügung habe und ja auch weiß, wie das abläuft. Aber ich habe zum Beispiel schon nur noch drei. Wo ist das vierte? Ah. Alles gut. Das war nicht ganz, was ich wollte. Aber ich glaube, ich kann das hier ganz gut nutzen, so wie ich das jetzt aufgebaut habe, um da schon mal ein Stück höher zu kommen. Ja, okay. Haben wir noch eins, was wir gerade noch überhaupt nicht nutzen. Ja. Dann sind wir nämlich schon mal wieder hier. Nee. Komme ich jetzt durch die... Ich glaube, das kann ich jetzt so nicht mehr nutzen, weil ich nicht oben bin. Dann müssen wir da noch mal ein bisschen um... ...manövrieren. Ah, scheiße. Ja, das sieht doch schon besser aus. Und hopp. Ja gut. Okay. Das ist glaube ich zu steil. Das könnte funktionieren. Yes. Wo ist da jetzt die nächste Strebe? Ah, ich bin noch nicht hoch genug. Dann nehme ich einmal das Schild hier. Das kann ich einfach für wegnehmen. Oh nein. Nicht, dass das hier kippt gleich. Aber es müsste ja eigentlich durch die Strebe da unten noch gehalten werden. Auch wenn ich da jetzt ein paar Mal das drauf haue, das andere Schild. Scheiße. Respektive spielt mir wieder hier einen ziemlichen Streich. Ja, 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 nein. Jetzt kippt sie richtig... Oh, nee. Ich bin da hoch. Ich bin da hoch. Ah, wenn es jetzt noch ein bisschen schiefer wäre, das wäre es... Nein. Jetzt ist es wieder kaputt. Aber das war voll gut. Oh Gott, hält es da oben? Was macht es jetzt? Wohin dreht sich das am Ende? Yo, das dreht sich gleich voll gut. Auf, solange es hält. Es hält einfach dieses kleine Stück. An diesem kleinen Stück. Oh Gott, war das gut. Okay. Okay. So. Und jetzt... Ja. Das ist ein bisschen ungünstig, wie ich das gerade mache. Nein. Wo sind wir damals hochgegangen? Oh, jetzt nicht runterfallen. Irgendwo hier, ne? Ja, 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 da habe ich was gebaut. Richtig. Auf der anderen Seite. Es muss hier unten... Hier unten aufkommen und da drüben hängen bleiben. Ja. Das ist dein Anfang. Nein! Bleib doch hier, du warst doch gut. LOL! Die Physik, Alter! Das war völlig realistisch jetzt, wie sich das bewegt hat. Alter. Ähm. Ach, das backt sich in die einzelnen Gitterstäbe da oben rein. Ja! Dadurch bewegt sich das dann auch so komisch. Das hält, ne? Das rutscht nicht mehr runter. Tschakka! Da ist das andere Ei. Und hier kommen wir ja nachher dann raus. Aber was will ich mit den Eiern? Und hier geht's dann nachher auch weiter. Aber wir sind dann ja, das ist ja ein anderer Raum, wenn wir hier wieder sind. Aber ich dachte jetzt, ich kann die Eier irgendwie zusammenbringen. Aber kann ich dann ja gar nicht. Und die Eier haben ja mit den Collectibles nichts zu tun. Und höher geht's hier nicht. Also da ist nichts. Da ist keine Figur und nichts versteckt. Da ist nur dieses Ei. Dieses Ei muss irgendeine andere Bedeutung haben. Warte! Ah, die leuchten leider nicht. Ich seh nix. Ne, hier ist Schluss, ne? Ich wollte gucken, ob ich das zu dem anderen Ei bringen kann. Weil da unten ist ja dieses Tor. Und das Ei ist ja praktisch hier drüber. Idee. Da brauche ich erstmal eine ganz große Platte. Sodass ich hier gleich wieder problemlos hochkomme. Naja, kann ich mir auch gleich bauen. Das Ei bleibt hier. Dem Ei passiert erstmal nix. Ja, ist egal. Hier ist ja diese Wand, ne? Ah, das ist zu. Ne, da komme ich nicht ran. Ich wollte gucken, ob ich das irgendwie... Ich kann dieses Ei nicht mehr berühren. Ich kann das andere Ei da nicht rein. Ich komme da nicht ran. Ich kriege das andere Ei da nicht rein. Ich weiß auch nicht, was es bringen soll. Es ist halt nur eine Idee gewesen. Äh, falsche Richtung, aber cool. Tipp bitte nach hier. Danke. Reicht es? Ah, nicht ganz. Vielleicht nicht. Ich gehe halt erstmal wieder hier hoch. Oder hier rüber. Das reicht auch nicht. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Mach mal so. Das sieht doch gut aus. Hm. Ich dachte, vielleicht kann ich die Eier zusammenbringen. Oh, hier ist noch so ein Schild. Kann ich einfach da irgendwie durchdrücken? Ja, es ist schon... Jetzt bin ich in einem Bereich, wo ich weder das eine noch das andere andrücken kann. Auch interessant. Hm. Wer weiß, was es damit auf sich hat. Ich weiß es nicht. Ich weiß halt nicht, ob ich irgendwas noch machen muss. Oder ob es das schon war und es einfach woanders noch Eier gibt. Und wenn man alle gefunden hat, gibt es ein Achievement oder sowas. Das ist das Ding. Weil jetzt habe ich mich wieder hier ganz lange aufgehalten. Aber effektiv hat es nichts gebracht. Na gut, gehen wir mal weiter. Hier war damals... Genau, ich wollte gerade sagen, hier war damals auch so eine Wand. Aber die habe ich gemacht. Genau. Okay. Willst du mir irgendwas sagen? Nee. Nee. Keine Ahnung. Okay, egal. Und das Ding ist ja... Mein Name ist Dr. Glenn Pearson. Lol, wenn man... Okay, wenn man das Radio nicht abspielt, spielst du es einfach selbst ab. Das Ding ist ja, hier ist ja Schluss. So, hier kann ich ja weder das eine noch das andere Ei haben. Also, keine Ahnung. Na gut. Glauben wir es einfach mal. Okay, das hatten wir schon. Dann könnte ich jetzt eigentlich, nachdem wir die Eier ja somit abgeschlossen haben, sagen... Ich gehe ins Hauptmenü und gucke nach, ob ich jetzt hier noch Ding suchen muss. Das wird schon möglich sein. Und dann sehen wir... Jo, ich muss nach wie vor Feuermelder und... Dings suchen. Nein, stopp! Ich bin lost. Stopp. Nee. Nee, jetzt habe ich das gestartet. Nee, ich wollte doch... Oh nein. Jetzt bin ich wieder am Anfang von zwei, ne? Sind jetzt wenigstens die Dinger gedrückt, die ich vorhin auch schon gedrückt hatte? Kommt man hier vielleicht? Aber kleiner machen kann ich mich hier ja noch nicht, ne? Das war ja hier nicht... Das war ja jetzt nur eine optische Täuschung. Ich glaube, hier kann ich nichts tun. Da könnte ich aber das einmal... Oh, nee, Leute. Tut mir leid, aber ich muss es probieren. Ich muss eine Sache probieren. Ganz, ganz kurz. Warte, ich hole mal kurz die anderen Türen. Ah, ich weiß. Die Tür, aber Schild. Wait, das ist der falsche... Das ist der falsche... Das war gar nicht hier. Das war da oben. Warte, wo bin ich denn jetzt? Ach. Ja, wo bin ich denn jetzt eigentlich? Mensch. Hier bin ich hoch. Na, hier war das Ei. Richtig. Ey, wieso ist die jetzt so wieder so klein? Oh, fucking sake. Ich mache das. Alla. So. L. Das sieht doch gut aus Damit müsste ich doch was anstellen können, oder? Ja, an das Ei komme ich ran, sehr schön Das, was ich als so ausprobieren wollte, kann ich ausprobieren Oh, wait, vielleicht kann ich mit dem Ei auch hier was machen Das wollte ich jetzt zwar gar nicht ausprobieren, aber vielleicht kann ich auch hier was mit dem Ei anstellen Oh, ich habe gar nicht drauf gedrückt Hier kann ich nichts machen Auch das ist nur normaler Müll Oh nein Oh, ich dachte schon Wo war denn das jetzt? Hier war das Kann ich das einer reinlegen und nützt mir das irgendwas? Oder ist das gar nicht Ist das nur ein Bild? Ich kann es da gar nicht reinlegen Das ist ein Bild Das ist gar nicht betretbar Ja, okay Dann hat sich das sowieso erledigt Dann hat sich das sowieso erledigt Gut Brauchen wir auch nicht mehr das andere Ei suchen oder holen oder sonst irgendwas Kann damit ja eh nichts anfangen Ach, jetzt geht der wieder nicht hoch Ja, komm, kipp Geht man halt anders hoch Geht das so? Nee, es geht nicht Bruder Meine Nerven Stopp Mal richtig Danke Schwitz So Ich wollte vorhin ja nicht neu laden Das war der größte Fehler, den ich gemacht habe Ich wollte ja einfach nur Beim Speichelpunkt hier wieder starten Das wollte ich Ich wollte jetzt ins Hauptmenü gehen Und beim Speichelpunkt wieder starten Und ich habe das Level neu gestartet Das war dumm So, jetzt ist dieser Raum hier Wo man diesen Würfel zusammensetzen muss Was ich damals einfach irgendwie automatisch gemacht habe Weil es ist einfach passiert Jetzt brauche ich drei Jahre dafür Da ist er Und da haben wir einen Nee, haben wir nicht übersehen Aber hier kann ich dann auch nichts weiter feststellen Hier in den Lampen ist nichts drin Ich kann ihn mal ein bisschen größer machen Und mich hier umgucken noch Aber es wirkt jetzt nicht so Als ob hier Irgendwas wäre So, in den Lampen hätte halt noch was sein können Das war Das war mein Gedanke Aber sonst Ist hier Literalien nichts Der spannendere Würfel Wird auch der sein Mit den Treppen Weil damit kann man dann Viel mehr erreichen Wieder Ja, mit dem Treppenwürfel Mit dem Treppenwürfel Kann man dann Oh Den haben wir nie ausgelöst Ah ja, siehst du mal Mit dem Treppenwürfel Kann man dann viel, viel mehr erreichen So, hier ist Schluss Ich kann hier nichts machen Und mit dem komme ich nur da hoch Also hier meine ich Nichts verpasst zu haben Hoffe, dass ich damit Richtig liege Da nochmal die Lampen kontrollieren Das ist auch nichts Du kommst mit Den haben wir gedrückt Ach ja, da musste man das Ding zusammensetzen Ich gucke gleich mal hier hoch Ob hier irgendwas Spannendes ist Sieht aber nicht danach aus Okay Hier ist auch nichts versteckt Hier ist auch nichts versteckt Okay So Hier kann ich nichts tun Und da ich hier eh nichts tun kann Passt die Geschichte Und ich kann den Ne, den kann ich nicht dahin setzen Weil sonst kann ich die Figur nicht bauen Erstmal muss ich ja hier die Lampe Den Tisch zusammensetzen Und über den Tisch dann Diesen Würfel Und der hat jetzt ja diese coole Treppe hier eingebaut Deswegen will ich jetzt erstmal den Würfel hier in dem Raum riesig machen Weil ich hier mich noch überhaupt nie umgeguckt habe Weil mir auch gar nicht bewusst war Dass es sehr sinnvoll sein kann Sich überall umzugucken Aber zum Beispiel die Lampe Und die Lampe da drüben Da ist nichts Also hier Ist oben auch Nichts Gut Ist hier hinten irgendeine Figur Irgendwas Spannendes Nein Ist hier ein Da ist ein Schalter Den haben wir aber schon gedrückt Da haben wir auch alles Okay Also das heißt Wir haben alles Da war halt nichts Haben wir den gemacht Den haben wir nie gemacht Jetzt haben wir ihn gemacht Ich bin jetzt schon Im Voraus sauer Wenn wir dann den Moment haben werden Wo ich ein Level fertig habe Und immer noch nicht alle Feuerlöscher sind Obwohl ich jetzt hier drauf gucke Aber vielleicht passiert es ja auch gar nicht Vielleicht kriegen wir auch einfach alles zusammen Sonst wäre doch schön So Hier scheint nichts weiter zu sein Dann kann der Würfel Auch hier hin Ach das war es komplett Dann machen wir es halt so Hier oben kann nirgendwo was sein Dann sind wir jetzt in diesem Raum Versuche doch erstmal hier hoch zu gehen Da sehe ich hier durch das Fenster Irgendwas Spannendes Ist auch kein Fenster offen Ich kann hier nicht raus Also ich würde sagen Da sehe ich nichts Auf den ersten Blick Dann musste man hier die Tür zusammensetzen So Tür ist zusammengesetzt Müssen wir uns hier nochmal bei den Sofas Ein bisschen umgucken Ich könnte mir vorstellen Dass da irgendwo Weiß ich Ich weiß halt nicht Ob die so was Ob die auf die Art und Weise So eine Figur verstecken Wir haben jetzt ja verschiedene Please don't snoop around Okay Please don't snoop around Dann snoopern wir doch mal around Jetzt hast recht Why are you doing this Lol Okay Warum schreibt der das da Irgendwas? Nee Nee Hier war jetzt leider nichts Schade Ah gut Ah jetzt kommt der Nee Okay In dem Raum haben wir uns damals Überhaupt nicht richtig umgeguckt Da hinten weiß ich noch Ist die Die Dings Das Sternbild Aber das haben wir ja gemacht Sternbild ist hier abgehackt Für den Level 2 Aber hier können wir mal hochgehen Das Radio wieder selber ab Wenn ich nichts mache Äh beruhig dich So Hast die Geschichte Wir hinten noch was Spannendes Nee Aber da oben ist eine Figur We got the Figur Dieses Level Nice Also ich gehe davon aus Dass es nur eine ist Gibt zwar Paar Level Wo mehrere Seien können Aber ich glaube Meistens ist es nur eine Ich meine Bei 10 Leveln Und 13 Figuren Ist das Reine Logik Und hier ist jetzt Schluss Also hier kann ich Die Dinger sowieso Nicht mitnehmen Das heißt Jetzt müsste ich gleich Wieder so einen Speichermodus Dings bekommen Hallo Mein Name ist Dr. Glenn Pierce Und ich bin einfach Ingepfehlung Um dir ein schnelles Update Auf wo du bist Wir wissen noch nicht Aber Bitte Geht weiter Und hoffentlich Du möchtest Frequente Updates Um dir zu erinnern Dass du komplett verloren bist Man muss die Radios Also gar nicht abspielen Die spielen sich einfach Automatisch ab Good to know Aber das Ding ist Wenn ich jetzt wüsste Ach man muss erst den Würfel setzen Das Ding ist Wenn ich jetzt wüsste F Das Ding ist Wenn ich jetzt wüsste Wird immer größer Ach ja von hier aus So war das ja Das Ding ist Wenn ich jetzt wüsste Ich fange zum dritten Mal an Dass hier keine Figur mehr ist Würde ich nicht mehr Ganz so explizit gucken Weil dann müsste ich ja Nur noch in Anführungszeichen So Feuermelder Und links suchen Apropos Feuermelder Und Dings Ich glaube den da oben Haben wir nicht gedrückt Ich weiß Dass da oben Nicht weiter ging Das weiß ich noch Aber ich weiß Dass wir es versucht haben Da Ja den haben wir nicht gedrückt Okay muss ich gleich drücken Ah genau Hier ging es nicht weiter Aber vielleicht habe ich Irgendwas übersehen Ah den zum Beispiel auch Hier war dieser Leuchtwürfel Ich erinnere mich Kann der irgendwas Ich erinnere mich Hier war dieser Leuchtwürfel Weil der konnte irgendwie Hat der irgendeine Bedeutung gehabt Danach Ich kann mich nicht erinnern Dass da irgendwas wichtig gewesen wäre Würde es aber trotzdem gerne mal da hoch noch kommen Hier auf den Den Bereich Das ging besser als ich dachte Da ist noch eine Figur Aha Aha So viel dazu So viel dazu Ich meine ich war noch nicht im Menü Ich habe noch nicht im Menü nachgeguckt Na Aber da hätten wir das jetzt dann auch gesehen Okay gut dass ich hier hoch bin Sehr gut dass ich hier hoch bin Bauen wir uns doch hier mal einen kleinen kleinen Aufgang Ja Ja Ähm das sieht schon besser aus das sieht schon viel viel besser aus guck 2 in dem level vielleicht auch noch mehr da kann ja sein dass es in manchen einfach keine figur gab und die den für in den ersten level erst stecken ich meine in dem dritten level wo wir angefangen haben diese figur das erste mal zu sehen hat mir auch mehrere gang gefunden meine das war so und ich meine ich habe hier probiert mal hoch zu kommen und da kam dann diese wand also hier denke ich erreiche ich nichts wenn ich hochgehe das würde bedeuten dass dieser zwischenraum komplett useless ist hier war ja nichts was man tun konnte hier war ja literally nichts was man tun konnte das wirklich so oder habe ich hier was übersehen das ist jetzt die frage nach ich kann mich nicht wüsste nicht was ich übersehen haben soll weil wenn ich jetzt ich meine das habe ich jetzt gerade zufällig extrem gut aufgebaut um da hoch zu gehen aber ach nee jetzt komme ich da nicht ran oder was ah wait bin ich nicht hier bin ich reingekommen da ja von da bin ich reingekommen evermind aber das wird oder wird ein bisschen zu klar zu groß müsste ich ein bisschen schief jetzt hinstellen die da hoch komme würde mal größer mich so hoch so hoch ach kacke okay aber ich weiß wie ich hochkomme so und dann so und hier kommt nämlich schon die wand das meinte ich da ist die wand da kommt man nicht hoch da soll man nicht hoch deswegen gehe ich nicht davon aus dass hier irgendwas ist und das hier ist ein kompletter deko raum hoffe ich jetzt einfach mal so und jetzt sind wir ja in dem reich wo vorher das ei war was wir ja weggenommen haben das heißt hier kann ich nichts tun aber witzig ist dass die dinger noch liegen wie ich sie gelegt wie ich sie hatte das ist an sich lustig aber ich kann halt nichts mit denen anstellen so ich kann nicht mehr darunter ich kann die zwar darunter fetzen aber selber kann ich hier überhaupt nichts machen mit den dingern also wirklich gar nichts kann versuchen irgendwie hier hoch zu gehen mal aber ich glaube nicht dass da irgendwas ist ach ich komme nicht aufs doch ich komme aufs geländer sag ich doch so jetzt wäre ich hier jetzt wäre ich hier aber wie gesagt hier geht es nicht weiter so da ist einfach nichts und da oben drauf war auch keine figur das so ok und jetzt kommt mein mondraum mit dem reden wir bitte nicht das haben wir gemacht das haben wir gemacht also hier war nichts anderes noch hier war nichts weiter da wir jetzt aber den speicherpunkt hatten würde ich fast sagen ich gehe jetzt noch mal zurück guck ob noch was fehlt wir hatten ja den speicherpunkt und ich kann hier nichts mitnehmen ich muss nur extremst daran denken ich muss nur extremst dran denken dass ich jetzt nicht das level neu starte sondern hier nur gucke die figuren haben jetzt alle da fehlt jetzt noch was jetzt gehe ich hier auf schließen und gehe nämlich auf fortsetzen alles andere wäre nämlich sonst ziemlich dumm perfekt ja mein größter fail das des parts des projekts würde ich sagen die geschichte mit dem mond das ding ist hier wenn man das richtig rausgenommen hätte hätte man halt schon gesehen dass da der eingang ist und wenn man das halt gesehen hätte hätte das halt so vieles so vieles unnötig gemacht weil hier ist dann schluss okay hier ist schluss du wirst jetzt ja aber dass noch einiges fehlt ich bin auch da irgendwie hochgekommen wie bin ich denn da eigentlich hochgekommen käse wahrscheinlich nämlich selbst wenn ich mit dem käse hochgekommen neuer mission alles klar das war nicht die mission die ich meinte aber neue mission wieder an den käse rankommen braucht nur einen kurzen pixel wo ich ihn anklicken kann nur einen kurzen moment das sieht gut aus oder ich komme auch ohne den käse hoch vielleicht geht auch das brauchte ich gar nicht der mond ist ja hält ja still aber vielleicht kann ich den würfel hier nutzen irgendwie so zwischen mond und dem hier ein klopfen egal wie es ansteht ich komme ich an diesen scheiß käse noch mal ran ich muss jetzt halt nur noch mal hochgucken ob da noch irgendwas war so wir haben das damals da oben sehr explizit angeschaut ich weiß wir haben da oben damals alles sehr explizit angeschaut gar keine frage alles klar doch jetzt mal einfach drauf ja es geht doch komm ich jetzt raus ohne gezicke noch nicht so optimal aber ich habe ja noch die dose die müsste ich jetzt hier platzieren können wenn du ein kleiner pixel den ich eigentlich brauche nein okay oh komm ich an den käse jetzt nee komm ich an den käse komme ich natürlich noch nicht an gut dann legen wir die dose mal so vielleicht hin nein hab ich den würfel weggemommen ach ich hasse alles vielleicht kann es sich noch mal neu positionieren dankeschön wir werden es doch dann noch mal raus schaffen wo ist jetzt die dose hin da bleib doch oben auf dem würfel oh das ist auch gut jetzt haben wir es geschafft oh mein gott so da konnte man hier rum spielen mit den dingern aber weiß gar nicht mehr warum weil ich halt ein und ausschalten konnte ich will doch mal gucken ob ich hier nicht irgendwelche schalte oder irgendwas übersehen habe weil die blaupause haben wir ja hier mitgenommen hat das weiß ich noch das sind alles nur spielereien hier ne alles nur spielereien das sind alles nur spielereien das sind alles nur spielereien die haben wir wie gesagt mitgenommen und sonst war hier oben scheinbar wirklich da habe ich hier versucht irgendwelche formen zu bauen das war das war wenn man weiß wie es gegangen ist wenn man weiß was die lösung war war das wirklich lost in person so aber dann haben wir jetzt hier alles dann haben wir jetzt hier aber alles ich kann auch nochmal gucken aber ich meine da war auch so eine wand nach oben sodass man hier nicht wann 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 keine wand wann Was? Ich bin doch jetzt in der Wand, die auftaucht, wenn ich das Licht anmache. Was passiert, wenn ich jetzt das Licht anmache? Äh, ausmache. Und springe. Literally außerhalb. Das Spiel weiß es nur nicht. Wenn ich jetzt zurückgehe, dann ist da wieder die Wand. Okay. Lol. Ich glaube zwar nicht, dass das irgendwas Relevantes ist für Secrets, aber ich finde es gerade interessant. Oh, so kann ich den auch gar nicht mehr loslassen. Wo kann ich den loslassen? Ah, scheiße. So rutschig auf dem Käse, aber ist der nicht ganz normal? Einmal nicht. Na, egal. Lassen wir das. Ich nehme den Käse mal noch mit, vielleicht brauche ich ihn gleich noch. Denn uns fehlen ja, wie gesagt, noch. Den haben wir. Aber jetzt hat der gerade gesagt, wir haben doch nicht alle, ne? Dann habe ich doch immer noch einen jetzt übersehen, oder nicht? Mindestens. Den kann ich gar nicht hoch. So, die Lampen lassen es gar nicht zu. Das ist ein ganz gutes Indiz, um zu sehen, dass hier nichts weiter ist. Jetzt kommt der dritte Abschnitt. Wo soll ich die denn jetzt noch übersehen haben? Es ist ja nicht so, dass die mega versteckt werden. Hm. Eine Stunde nehme ich schon auf. Danke fürs Zuschauen und tschüss. 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 stuffs tweek that